Musik Willkommen zu unserem Heiligabend. Wir haben schon mega gegessen und jetzt beginnt das Weihnachtskonzert. Wie heißt denn das Stück? Urlaub die Hütten. Super! Sehr gut! Jetzt Elisa, okay. Okay. Super! Ganz toll! Sehr gut! Super! Ganz toll! Gut! Jetzt nichts. So ein Spiel kommt ihr mit. Ja, genau. Kommt ihr mit. Musik So, Mami, bist du jetzt noch eine Geschichte vor, ein bisschen ganz kurz, zum Weihnachtsgeschäft? Ja. Und dann, gucken wir mal. Und dann war einfach der riesige Frühstück auf dem Schraubenser, um Spielzeuggeschäft eingefallen. Vielleicht war er wohl später zu lang. Musik Ich kenn' den Felsmanns an. Der Felsmann ist noch nicht da. Ja. Du darfst vor, Mami. Warte mal kurz. Ich muss erst mal gucken, ob die Luft rein ist. Moment, okay. Ja, ich muss leider, ob das überhaupt, ob das in Ordnung ist. Was soll jetzt? Einfach geklingeln. Ich kann nichts sehen. Ihr müsst selber gucken, was hier los ist. Ich hab das jetzt nicht verstanden. Ja. 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 Alles volle Geschenke. Danke. 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 Oh wow. Hat sie gesagt. Alles Gute zu Weihnachten. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Gibt es ein Geschenk für mich? Ja. War es das schon ein gleiches Geschenk für mich? Geht schon los? Ja. Mal gucken. Genau so machen wir die letzten Jahre. Ja. 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 Nur dieses Jahr wird Elisa anfangen. Ganz. Ein Geschenk auszudrücken. Okay. Ja. Dann suchen wir ein Geschenk aus. Ich weiß jetzt mal nicht genau, wie ihm was gehört. Ja. Ja. Kannst du auch so? Denn die Weihnachtsfrau hat ein bisschen mitgeholfen. Ich bin Weihnachtsfrau. Ja. Papi. Das ist für Johann. Oh. Für Johann. Johann darf dieses Mal anfangen. Ja. Ja. Das ist schon geahnt. Das ist der Jugend. Ja. Das ist schon geahnt. Das ist der Jugend. Oh mein Gott. Das ist auch eine VR-Brille. Das ist ja mega cool. Das ist eine VR-Brille. Das ist ja mega cool. Das ist ja mega cool. Das werde ich sofort gleich ausprobieren. Da sind auch Spiele drin. Das ist nicht nur die VR-Brille, sondern die Spiele, die da drauf sind. Das ist auch Spiele drin. Ach cool, das hier mit Astro. Astro, der kleine Minkchen. Ja, genau. Ich freue mich. Vielen Dank. Aber ich werde sofort gleich losprobieren. So, jetzt darf jemand aus. Okay, ich nehme einfach mal das mit. Das. Ja. Ich spüre, ich spüre, das ist für das Baby. Anastasia. Lass mich das für Anastasia austacken. Lass mich das für Anastasia austacken. Lass mich das für Anastasia austacken. Ja, genau. Das ist dein. Endlich darfst du mal was kaputt machen. Und keiner sagt nein. Hey, sie kann das ja schon. Ja, das ist schon das Beste eigentlich. Das Geschenkband. Mal, jetzt einmal umdrehen, damit sie das gut öffnen kann, glaube ich. Schau mal hier. Das, was hier nicht da ist. Papier essen. Wow, alles hat sich so gut. Hoch und runter, am rechts zu bleiben. So. Das könnte das sein. Oh. Die erste gewünschte Schnecke. Oh. Eine Ziehschnecke. Eine Ziehschnecke. Oh, die kannst du ja auch so in Form reintun. Anastasia, guck mal sie, sie guckt richtig. Ich helfe direkt mal. Ja, eine Ziehschnecke. Genau, die machen wir jetzt auch. Süß. Auch schon dran zu kommen, Mami. Ja, sie weiß, dass es für sie ist. Ja, es ist so wund. Das kann ja für sie nicht. Wir machen das nicht. Das ist so süß. Die scharfen Messer. Oh, guck mal, die Schnecke. Da kann man Sachen reintun. In die Schnecke. Ja, sie weiß, dass es für sie ist. Justus. Ja, sie will es haben. Ja, sie will es haben. Jetzt kann sie auch das ziehen. Ja. Oh, er hat jetzt schon ein Geschenk die ganze Zeit mit. Er lässt es nicht mehr aus der Hand. Ja. Ach, das kommt? Oder hast du es kaputt gemacht? Nein, nein, das kann man irgendwie auseinandernehmen. Ja, das ist ja. 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 Schnecke. Genau. Ach, die Bauchkürze sind noch eingepackt. Ja, genau. Guck mal, die Augen sind besonders cool. Wow, das ist cool. Schau mir in die Augen. Ganz gut. Genau, und dann macht man dieses Schneckenhaus da drauf. Das Ding da. Und dann rappelt es auch noch so. Farben und Formen. Und dritte. Guck mal, hier kann man eine Abkürzung machen. Von hinten rein. Nein. Nein, das ist verboten. Da muss man sich gar nicht auf Form kümmern. Ja, genau. Ich meine, wir brauchen heutzutage noch Farben. Formen. Dann musst du filigraben. Und laufen. Blablabla. 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 Da muss ich auch mit. So, jetzt darf Anastasia aussuchen, ne? Ja. Ja, genau das, was dir zuläuft. Ja, Anastasia. Jetzt ist erstmal die Clara. Okay. Was nimmst du Clara? Spannung. Das hier. Das lange hier. Ja. Das lange? Das... Das darfst du dir aussuchen. Das musst du aber sein. Das ist für... Clara. Ja, das ist für Clara. Ja. Ja. Also schwer ist es schon ein bisschen. Ja. Schwer. Ja. Ich. Oh. Wow. Wow. Was ist das? Eine Apple Watch. Was? Cool. Bitte darf ich aufmachen? Ja. Ist dein Geschenk, ne? Mal gucken. Ähm. Was kann man denn damit machen? Clara hat noch süße Mausten. Ich will auch gucken. Was ist denn das? Irgendwie noch eine Anleitung. Oder? Nee. Keine Anleitung. Nee. Daaaah. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Baby mag das Papier mehr. Wow. Guck hier. Pack mal richtig aus, Clara. Ja. Ich hab mir so Angst. Warum? Mein Schatz. Einfach so irgendwie... Nein. Du hast keine Angst. Ja. Klar. Oh. 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 Süßer. So. Umdrehen. Oh. Schön. Was? Und welche Farbe hast du hier? Ja. Da musst du auch weiter auspacken, ja? Einfach hier rein tun. Nein, nicht so weit, dann geht es wieder nicht rum. Einfach da rein. Ja. Das ist so schön. Das Baby kommt und will sich auch was rauskriegen. Und jetzt muss es... Okay, das ist jetzt mal Packung. Okay. Wow. Ach, das ist so ein Reifertrick, das ist nicht zum Kursen. Nee, das ist nicht so verstanden. Das ist aber auch dafür ein bisschen stretchig, glaube ich. Wie sieht eine Uhr aus? Kann man die jetzt zusammen machen? Aha, aha, aha. Sag, wann bist du denn so vorsichtig? Ich glaube, ich kann dir helfen dabei. Ich weiß, glaube ich, wie es geht. Guck mal, ich glaube, du musst das hier machen. Das müssen wir uns helfen. Ah, ah, ah. Ach so, deshalb kriege ich meine nicht mehr raus. Was? Ich habe versucht, das hier abzumachen, aber... Du musst es rausreißen, aber... Du musst es rausreißen, aber... Oh mein Gott, you're so... Ja, entschuldige. Nein. Ich brauche es nicht. Ich bin kräftig dran jetzt hoch. Dann guck mal, ob es passt. Weißt du, jetzt musst du einmal abziehen. Ja, das ist... Dann ziehst du wieder... Oh, cool. Oh, cool. Passt das oder nicht so gut? Doch, es passt. Es ist ein bisschen groß, ne? Ein bisschen zu groß. Ja, es ist ein bisschen zu groß. Okay. Ja, das kriegen wir noch hin, ne? Okay. 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 Es kann sprechen. Einstellung machen wir noch. Es kann sprechen. Ja? Okay. Danke! Ja, das hat auch noch eine besondere Funktion. Das ist ja nicht so wie Papis Uhr. Sondern ihr könnt nur mit der... Der Ohrfilter. Genau. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie ein Handy in der Nähe zu haben. Cool. Ihr braucht nur das... Die Uhr zu haben. Jetzt ist... Das Baby dran. Das Baby? Nee, jetzt ist... Jetzt ist... Was soll ich tun? Soll ich dir wieder sanft reinlegen? Sanft reinlegen. Sanft reinlegen. Du kannst es ja mal auf das Sofa tun da oben, Clara. Wo? Ich glaube, das wäre ganz gut, ne? Ich glaube, das ist für Papi, oder? Für Papi? Nein. 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 Für wie ist das? Ist das jetzt für Elisa? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Cool. Komm schon. Was? Ah. Wow. Dein Kniekacki. Eine... Eine... Ekkumsmaschine. Nudelmaschine. Was? Eine... Eine... Eine riesige Nudelmaschine. Ah. Spiegerei kann man machen. Und Gemüse. Ja, jetzt ist Mami dran. Jetzt ist Mami dran. Jetzt ist Mami dran. Den macht er jetzt nicht gerade. Ah, okay. Ich weiß, was ich aussuche. Okay. Und zwar suche ich mir das allergrößte Geschenk da unten aus. Okay. Und das ist für... Das allergrößte Geschenk ist natürlich für... Papi. Oh. Oh. Was ist hier los? Oh. 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 Es ist nie zu spät für ein neues Hobby mein Schatz. Oh. Oh, oh. 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 Boah. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Und auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite auch noch. Ja, also zwölf. Eins, zwei, drei, zwei, zwölf. Willst du schon loslegen? Ich muss mal alles anschauen. Unser Akzept, wir haben es ja jetzt gerade ausprobiert, ist so klein. Das ist einfach nur für Nancy und mich damals gelesen. Da sind so ein paar Leute herzugekommen. Ja. Das ist ja klasse hier. Guck mal, das ist echt riesig. Ein paar Leute mehr. Das ist doppelt so groß. Ja. Das ist ja mal ein bisschen so. Was ich gut finde, ist, dass es nicht so, dass es doch schmal ist. Das ist ein Baby doch. Das ist ein Baby doch. Okay, okay, jetzt will ich. Ja, ich glaube, du musst das so. Gut, sonst die armen Kinder müssen so lange warten. Das ist echt ein riesen Ding. Danke, Walsch. Jetzt sucht Paki aus. Jetzt darf ich auch suchen. Ja. Dann suche ich jetzt aus. Folgendes. Ich suche das hier aus. Oh. Wen ist das? Elisas Geschenk. Ja. Oh, das ist ja ein Mixer zum Kuchenbacken. Maffens und Cupcakes und so weiter. Ich kann noch Eis machen. Eis? Ja, genau. Guck mal hier. Boah. Guck mal. Dann kann man das so reindrücken in die Form und dann hast du einen richtigen Kuchen. Krass. Und sogar Kekse. Kekse. Ganz viele Form. Und ein, ähm, wie heißt das denn nochmal? Ein Croissant. Croissant. Ja, das kannst du jetzt alles da oben bei mir wieder machen. Ist das auch mit, ähm, Gnetetrie? Ja, da ist so ganz viel Gnetetrie. Okay. Jetzt haben richtig viel Gnetetriegesang. Ja. Oh, die Beute gesammelt. Dein Baby hat hier... Ja, ich suche aus. Nein, mein Taschenmiss hast du... Ich suche Erste aus. Ich suche Erste aus. Oh, 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 oh. Ich suche Erste aus. Okay. Jetzt bist du bereit nochmal. Dann such du mal aus. Was gibt es jetzt hier noch? Ich muss noch zwei anziehen. Erstmal immer eins. Da hinten in der Ecke. Ja. Okay. Das ist für... Das... Die Klara. Hä? Schleicht hier drin. Ein... Stinkosaurus. Nein, nicht Stinkosaurus. Kilo. Ein Kilosaurus. Ja, Anfelsaurus. Nee, nee, da hat er die Klappen. Das ist auf jeden Fall der mit dem... Mit dem Knochen... Schwanz. Ja, genau. Das ist mein Lieblingsdien. Er kann sogar einen T-Rex besiegen. Ja? Ja. Mit seiner Keule Schorn. Oh, okay. Gefährliches Tier. Ja. Ja? Ja? Ja. Ja. Gefährliches Tier. Ja. 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 Na ja, gegen ein Baby hat er wohl keine Chance. Ja. Gegen sehr viel Baby-Zapper. Du darfst aussuchen, Clara. Und das für mir? Achso, Johan darfst du jetzt ein paar Mal übersprungen. Johan, du darfst jetzt auch aussuchen. Ich habe jetzt von zwei Schädchen bekommen. Ich nehme das hier. Das ist schwer. Das ist schwer? Ja. Du darfst jetzt anfassen und liegen oben oben. Das ist aber sehr schwer. Das ist für...